Und dann zum Vorbericht vor unserem Auswärtsspiel, englische Woche morgen, Dienstagabend 20.30 Uhr in Hoffenheim. VfB 1 zu 1 gegen Mainz, das erste Bundesligaspiel 2023, das erste Unterrückkehrer Labbadia. Kleine Kurio gab es tatsächlich, zu 10 Jahre Crew 36 Stuttgart, schönes Ding geworden. Ich habe schon viel im Spielfazit gesagt in meinem Vlog, gerne den abchecken. Diese Abwehr-Viererkette war durchaus fragwürdig so. Also Anton, RV, Nathai, LV, das lief nicht so ganz zusammen. Erst als etwa auszugleichen, Mainz ein bisschen Feldüberlegen fand ich. Tor war dann schön herausgespielt von uns. Dann eben der klassische VfB-Move so, direktes Gegentor, 5 Minuten später war es glaube ich. Klar, unglücklicher Elfmeter so, aber den muss man pfeifen. Will den Ball klären, trifft den Mainzer halt, so ist es. Das muss halt einfach nicht sein. Das muss halt einfach nicht sein, dir nach 5 Minuten nach deiner eigenen Führung jedes Mal wieder einen Ausgleich zu fangen. Es ist ja nicht das erste Mal in der Saison, das wird quasi direkt danach pennen, doof gesagt. Auch wenn das jetzt halt mal ein Elfmeter war und kein Fehler irgendwo defensiv, sag ich mal. Zweiterhalb hat ein bisschen mehr Druck gemacht, aber halt irgendwie nicht genug. Nicht genug. Eine Punkteteiligung am Ende des Tages. Wir hatten einen Lattenschutz noch. Die Chance Gerasi da kurz vorbei. Wagtumann mit dem Fieldgoal da kurz vor Schluss über die Latte drüber. Meins auch einen Lattenschutz, darf man auch nicht vergessen. Aber deswegen, das Unentschieden geht für mich in Ordnung so. Es lag für mich auch irgendwie kein 2-1 in der Luft, muss ich ganz ehrlich sagen. Es lag kein Lucky Punch in der Luft. Der Kicker schreibt von 8 zu 4 Chancen. Die listen ja immer die richtigen Chancen auf. Neben Toren, Torschüssen und so weiter. Wir hätten wohl den Sieg verdient gehabt aufgrund des Chancen. Plus ist das Fazit vom Kicker. Kann man so sehen. Ich muss halt auch so ein Stadiongefühl vor allem bewerten. Und da hatte ich im Stadion überhaupt nicht das Gefühl, dass hier noch das 2-1 fällt. Die Hoffnung war da. Alles klar. Aber ich hatte nicht das Gefühl, wie zum Beispiel gegen Augsburg oder so, wo wir eine Drangphase hatten und sowas. Das Gefühl, es fällt noch oder wir holen diesen Lucky Punch noch. Hatte ich nicht. Und es kam auch nicht mehr. Beim Rest unten lief es zum Glück ja auch nicht. Tabellarisch gesehen. Klar, Bochums Sieg halt. Und dann sieht man auch, wie eng das da unten ist. Tabellarisch. Wir holen mal einen Sieg. Und zack, sind sie 14. glaube ich aktuell. Aber das ist alles so dermaßen eng beieinander. Und noch, für das nächste Heimspiel gibt es eine schöne Aktion dann. Es wird gesammelt für helfende Hände, EV, Jacken, Handschuhe, Mützen und so weiter gegen Bremen. Wer da was abgeben kann, gerne da spenden. VfB TV. Das fürs neue angekündigte Comeback ist da. VfB TV ist back. Da kann man ja unter anderem die Spiele Highlights sehen, die Real-Life-Spiele, also das komplette Spiel nachgucken und sowas. So ein paar kleine Sachen, die vielleicht für manche interessant sind. Wenn man bis zum 1.1. abschließt, zahlt man jetzt auch für 6 Monate nur 10 Euro. So, sehr, sehr erschwinglich. Sonst sind es auch nur 2,99 im Monat. Also generell sehr erschwingliches Abo. Wer da Bock drauf hat, lohnt sich das auf jeden Fall. Wer da noch ein bisschen mehr sehen will vom VfB. Konnte man jetzt ja wirklich, glaube ich, man kann es glaube ich sogar sagen, jahrelang nicht machen. War eine lange Zeit, wo man keine neuen Abos abschließen konnte. Jetzt kann man es. Allerdings auch da wieder mit einem kleinen Hänger noch. Hoffentlich wird das auch noch korrigiert. Man kann gerade scheinbar nur eine Kreditkarte angeben für die Bezahlung. Und das eben vor dem 1.1. wird sich da auch nichts mehr ändern daran. Wird keine neuen Bezahlarten geben. Also aktuell gibt es zum Beispiel auch kein PayPal. Und das finde ich auch, ja, ist schwach. Alles beim Alten. Auch hier wieder, habe ich schon im Vlog gesagt, da schon das Thema angeschnitten. Will es aber doch nochmal hier anbringen im Vorbericht. Das Spiel war für mich wirklich alles beim Alten, beim VfB. So weder Besserung noch Verschlechterung gegen Mainz. Auch hier, wie im Vlog, das Hertha-Spiel als direktes Beispiel, direktes Vergleich. Weil für mich war es quasi das gleiche Spiel. So statistisch sehr ähnlich. Der Spielverlauf sehr ähnlich. Das Gefühl im Stadion, das ist auch so mit das Größte, auch sehr, sehr ähnlich. Bei beiden dachte ich nicht, auch bei Hertha dachte ich nicht, dass wir diesen Last-Minute-Sieg noch holen. Wie gesagt, auch sogar was anderes. Da war die Drangphase, da dachte man, komm, irgendwann muss er nochmal reinfallen. Jetzt gegen Hertha war das Gefühl auch nicht ganz da. War natürlich umso schöner, dass es noch passiert ist in der 98. Aber das Gefühl war nicht da, auch gegen Mainz, dass da noch ein Sieg bei rausspringt. Wir hatten beide so ein paar Drangphasen, aber es hat sich halt nicht so richtig was angebahnt. Dazu muss man ja sagen, dass eben auch Mainz besser ist als Augsburg und besser ist als die Hertha. Allein schon tabellarisch und eben gefestigter, stabiler als Mannschaft ist. Deswegen, um das so ein bisschen rauszunehmen, hatte ich auch mehr als Kritikpunkt drin im Fazit nach dem Spiel. Es gibt für mich keinen großen neuen Hype unter Bruno jetzt fürs Erste nach dem ersten Spiel. Aber halt auch alles andere, also Bruno raus oder so, ist halt völliger Schwachsinn oder irgendwie rauszusuchen, was jetzt so viel schlechter war. Für mich war das alles beim Alten, beim VfB. So weder schlechter noch besser. Natürlich wäre es schön gewesen, eine Besserung zu sehen. Gila Wugi wird auch so ein bisschen Dauergast in den Videos, aber jetzt kam da eben wohl auch nochmal ein bisschen Fahrt rein. Laut den Berichten der Kicker zum Beispiel schreibt, dass es nun einen richtigen Poker gibt mittlerweile und man spricht oder der Kicker schreibt auch von der Zielgerade. Laut der WAZ will Wolfsburg lediglich nur eine Million haben tatsächlich so. Dazu kommt eben halt sein Gehalt, also die Millionen auch nur, weil er halt nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Sein Gehalt ist halt die große Frage, ob er da verzichtet, weil sonst würde er mehr oder minder Topverdiener bei uns oder mit Topverdienern bei uns sollen ja wohl so zwei bis vier Millionen sein, die Wolfsburg im Jahr bekommt. Das ist ein bisschen arg viel. Auch Wolfsburg-Trainer Kovac macht die Tür auf nach dem Motto, er möchte gerne gehen. Auch Schmadtke hat nochmal erzählt, dass er den Wechselwunsch hinterlegt hat und dass Stuttgart eine Option ist für Gila Wugi, die er gerne machen würde. Ich habe das auch alles schon ein bisschen angeschüttet, was ich jetzt hier sage, auch schon in meiner Instagram-Story. Soll ich gerne an der Stelle gerne Instagram auch da rein folgen. Da kriegt ihr einfach die News noch viel schneller mit als halt in einem aufwendiger, aufbereiteten Video, sagen wir es mal so. Meinung, wie auch in der Insta-Story, es ist kein schlechter Spieler. Der Mann kann uns qualitativ sicher helfen, auch Mentalität, Abstiegskampf erfahren. Dazu als weiteres Pro-Argument finde ich es gut, wenn ein Trainer natürlich seine Wunschspiele bekommt für eben sein Spiel. So, der will ja sein Spiel machen und da ist ja die Chance auch hoch, dass es dann erfolgreicher wird, wenn er das Material für sein Spiel hat, als wenn er es nicht hat. Ist ja auch ganz klar. Das war es aber so ein bisschen mit den Pro-Argumenten, weil eben viele Fragezeichen kommen. Wie gesagt, Gehalt ist ein Fragezeichen. Das Alter will ich ja gar nicht als Fragezeichen nehmen. Klar, mal gucken, wie lange er einen Vertrag bekommt und die Resell-Value ist auch nicht hoch. Bei ihm ist alles klar, aber wir brauchen ihn ja jetzt. Wir brauchen die Erfahrung jetzt. Wir brauchen die Stabilisierung im Mittelfeld oder generell für das Team jetzt im Abstiegskampf. So, wenn er kommt, dann kommt er eben auch zum Spielen. Das ist die nächste große Fragezeichen. Dann kommt er zum Kicken zu uns. Wir haben ein Dreier-Mittelfeld aktuell. Dann hast du Gilavogi auf dieser Sechser-Position für Davo Karaso gezockt hat, weil ja eben die Hoffnung ist, Gilavogi setzt du rein und dann können andere noch ein bisschen ihre offensiven Fähigkeiten mehr freien Lauf lassen, zum Beispiel eben auch in Endo ein bisschen offensiver einsetzen. Das heißt, du hast Gilavogi und Endo schon mal sicher. Zwei von drei sind vergeben. Das heißt, dieser dritte Platz wird dann ausgewürfelt oder im Training ausgemacht zwischen Ahamada, Karaso, Mio, Nathai, von mir ist auch noch Eklov und so Konsorten. Das ist, keine Ahnung, wir haben da quasi keinen Bedarf. Du kannst damit eigentlich zwangsweise nur Leuten irgendwie einen Weg verbauen, gerade einem Ahamada oder einem Mio oder so. Auch ein Karaso, der eben auf der Position wohnen, Gilavogi kommen würde, gegen Mainz definitiv abgeliefert, gutes Spiel gemacht. Wir haben da ja eigentlich nicht so richtig Bedarf. Also ich bin gespannt, ob was aus dem Transfer wird und was das eben dann mit dem Kader macht. TBD, der könnte nämlich vielleicht sogar diese Gerüchte um Gilavogi dann quasi finanzieren, weil es auch um ihn jetzt Gerüchte gibt. Das ist der einzige, oder mehr oder minder der einzige, bei dem die Laie wirklich funktioniert im Alltag. Da macht er seine Hütten, das läuft ganz gut. Und nun hat Troyes, wie auch immer, Interesse aus der französischen Liga. Dann auch so ein bisschen ein paar Plätze vor dem Abstiegskampf da unten. Zwei bis drei Millionen sind da wohl möglich, laut dem Kicker. Ja, schwierig, mit einer Meinung zu bilden, muss ich ganz ehrlich sagen. Einerseits gutes Talent, sowas will man eigentlich nicht abgeben. Andererseits hat er aber seinen Platz halt bei uns so ein bisschen verbockt. Also im Sommer haben wir dazu auch noch genug Stürmer. Das hatte ich schon mal angesprochen, den VfB-Nusor so sicherlich, die zurückkommen in den Kader. Wir haben ja einen Sanko, der nachher zurückkommt. Einen Fahir vielleicht, außer die ziehen da aus, keine Ahnung, wo die ihr Geld herholen, aber ziehen vielleicht doch die Kaufoption. Einen Kastanaras hast du, einen Milosevic soll ja auch noch kommen. Vielleicht kannst du ja Gerasi halten. Einen Tomasch glaube ich eher nicht. Ein bisschen mehr Hoffnung habe ich einen Gerasi, aber irgendwie beide ein bisschen arg teuer. Dann hast du einige, einige Stürmer da vorne. Also so richtig vermissen würde ich einen Tibidi dann nicht, weil wir eh genug hätten. Gleichermaßen Talent jetzt für zwei bis drei Millionen abgeben. Vielleicht ein bisschen wenig, vielleicht wird das später ein bisschen mehr wert. Aber wie gesagt, auch laut Ricky Palm, der ja auch seine Insider hat mit Sicherheit, den ich als gute Quelle bezeichnen würde, der meinte jetzt auch in der Causa quasi, dass die Tibidi-Seite schon im Sommer weg wollte. Und da konnte man gerade noch so eine Laie quasi ausverhandeln und irgendwie nahelegen. Sonst wäre er wahrscheinlich im Sommer schon weg gewesen. Also ich sehe es auch nicht so ganz, dass Tibidi groß Bock auf uns hat. So, dass er die Zukunft beim VfB sieht. Sonst hätte er vielleicht auch mehr gekämpft oder sich anders verhalten, um eben auch jetzt vielleicht im übrigen Sommer hinaus bei uns einfach schon so in der ersten Mannschaft zu bleiben. Der hat sich, wie gesagt, das ja so ein bisschen verbockt. Hat auch Matarazzo öffentlich angesprochen damals. Deswegen, schwieriges Ding. An und für sich haben wir auch da, wie jetzt zum Beispiel bei Gelaufgier und Mittelfeld, eigentlich keinen Bedarf für das zwölfte Sturmtalent. Wir haben genug da vorne. Aber irgendwo wäre es natürlich trotzdem schade. Und da wollte ich gerade das Video eigentlich schon exportieren und dann so langsam in Richtung Upload gehen. Da kommt auf einmal die Meldung rein von Fout Mercato, heißt die Seite. Also es sieht irgendwie nach einem französischen Transfermarkt.de aus, so ein bisschen vom Layout her. Dass wohl Crystal Palace sich Nairo Ahamada holen will oder holen wird. Die sprechen von einer Einigung. Zu Preis und sowas steht noch absolut nichts drin. Also würde ich das auch noch nicht an die große Glocke hängen. Oder noch nicht eine große Ernsthaftigkeit geben dem Gerücht. Weil davor brauche ich noch irgendwie Kicker-Artikel, Sky-Artikel, SCN-Artikel, bis ich dem so richtig glauben kann. Aber wäre natürlich auch nochmal ein weiteres Zeichen in Richtung von einem Gelagurgie-Wechsel. Weil dann wäre halt einer aus dem Mittelfeld raus. Ich fände es schade. Ich mag Ahamada. Der wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich seinen Wert steigern, wenn er so weiter kickt. Aber kommt natürlich auch da auf die Ablöse an. Wenn jetzt Crystal Palace richtig bodenloses Geld bietet, dann ja. Aber dazu steht halt noch nichts drin. Auf jeden Fall sehr interessantes Ding. und natürlich auch irgendwas in Richtung Gelagurgie oder in Richtung einfach das Mittelfeld ein bisschen leeren, um eben dann die Gelagurgie zu holen. Weil ich habe ja angesprochen, eigentlich zu viele im Mittelfeld. Ahamada, wenn er wirklich geht, wäre dann schon mal einer weniger. Mal gucken, ob es da irgendwann noch seriösere Gerüchte dazu gibt. Scout gefeuert. Denn da kam nämlich vor ein paar Tagen ein Bild-Plus-Artikel, das der VfB jemanden gefeuert hat. Und ein enger Vertrauter von Sven Misse, das soll das sein. Kurzer Exkurs, kurze Story auch zu Misse, den ich ganz nett fand. Und es gibt ja das VfB-Fanprojekt in Stuttgart, wo es immer wieder so Lesungen gibt, Gespräche gibt zum Fußball, so wie auch immer. Und vor kurzem saß da einfach auch ganz entspannt ein, zwei Misse da drin, mit der Bier in der Hand, grinsend im Gesicht und hat dazugehört. Weil er eben immer noch in Stuttgart ist, so scheinbar seine Tochter noch ihr Abitur macht hier in Stuttgart. Und er eben über den Sommer hinaus dann erst guckt, wie es weitergeht. Und aktuell scheint da auch noch, auch wieder Quelle Twitter, vielleicht haben sie mit ihm geredet vor Ort, keine Ahnung. Aber gerade ist er wohl auch noch emotional, sehr bei seinen VfB-Jungs, so wurde es formuliert. Auch eine schöne Story, einfach er ist noch da, er ist hier am Start, geht in ein VfB-Fanprojekt. Einfach schön. Es hat auch einfach gepasst, so rein menschlich, vom Herz her hat es einfach gepasst, Misse da zum VfB. Aber zurück zum gefeuerten Scout. Laut Twitter soll das da nämlich um den Chef-Scout Uli Schier gehen. Ich kann euch jetzt nicht genaueres zu ihm sagen, wie wichtig er für einen VfB ist, wie auch immer. Auf jeden Fall hat ihn wohl damals auch, Misse hat mitgenommen zum VfB, so klingt es raus. Und jetzt laut BILD Plus sollen wir ihn gefeuert haben. Den nächsten quasi mit ein bisschen da draus, vielleicht hängt es noch hinten, vielleicht kam das noch hinterher quasi, so ein bisschen gefeuert. Da muss man ja eigentlich auch noch loswerden. Keine Ahnung, bisher gibt es ja auch absolut nichts Offizielles dazu, nur ein BILD Plus Artikel. Hoffenheim, es geht außer zu einem Verein, den ich tatsächlich irgendwie ein bisschen besser im Kopf hatte. Halte auch Breitenreiter für einen sehr underrateden Trainer tatsächlich. Lief auch gut an die Saison, mittlerweile aber ein bisschen abgedämpfter, was in Hoffenheim so los ist, weil die sind auch einfach nur drei Punkte vor uns. Das war mir so gar nicht klar, aber die Tabelle mal angeschaut. Drei Punkte vor uns, das heißt, wenn man da gewinnt, ist man punktgleich mit Hoffenheim auf 18 Punkten zum hinruhenden Ende. Es gab nun auch klare Worte auf der Hoffenheim-PK. Die Zeit des Redens ist vorbei, hat der Breitenreiter da gesagt. Interessant ist im Kader natürlich der teure Abgang von Rüther zu Leeds. 28 Millionen stehen da bei Transfermarkt.de, aber es kann da irgendwie bis zu 40 Millionen ansteigen. ein krankes Ding. Dolberg ausgeliehen aus Nizza, ein interessanter Mann vorne drin. Und der Ex-VfBler Kabak hinten in der Defensive fehlt mit Gelbsperre. Die fünfte gelbe Karte sich geholt bei der 3-2-1-Hinterlage beim FC Union Berlin. Talentierter Kader, ganz klare Geschichte, aber so richtig flüssig läuft es da irgendwie gerade auch nicht. Also da ist schon was drin. Labbadia hat zu Hoffenheim auf der PK gesagt, die TSG Hoffenheim ist eine Mannschaft, die technisch sehr stark ist, auch sehr laufstark. Sie haben auf alle Fälle großes Potenzial. Heimspiel, denn das wird es auf jeden Fall wieder werden im Aussatzspiel in Hoffenheim. Das wird ein Heimspiel wie immer dort. Ein Ehremann auf Instagram hat mir geschrieben, dass es aktuell 20.000 sind wohl Karten, die verkauft sind, insgesamt in Hoffenheim. Das ist der Stand des Verkaufs dort scheinbar. Es passen ja circa 30.000 rein in die Pre-Zero Arena. Also ausverkauft wird es auf jeden Fall nicht sein. Die Frage ist auch eher hier, wie viel VfB-Fans am Ende in Hoffenheim dabei sein werden. Ich ja auch. Der VfB spricht auf der Pressekonferenz von 3.000, aber wenn man diese 10% für Auswärtsblock-Regel anwendet, dann sprechen die halt nur von den Karten, von denen sie wissen, also von den verkauften Karten im Auswärtsblock, der ja ausverkauft ist. Die Hoffenheim-Heimblöcke, so ein schwieriges Wort, daneben werden ja auch komplett übernommen werden von uns. Und so sieht es auch aus. Wenn man hier reinguckt in den Hoffenheim-Verkauf, gibt es ja einen freien Verkauf schon lange, haben sich auch viele VfB-Fans bedient, so wie es aussieht. Block F neben dem Auswärtsblock ist schon komplett ausverkauft. Block E daneben ist auch bis auf drei, vier Karten ausverkauft, das ist auch quasi weg. Und auch Block D ist sehr gut verkauft, auch fast ausverkauft. Und da kann man auch davon ausgehen, dass das halt fast nur VfB-Fans sein werden, die da gekauft haben in den Blöcken. Und eben in Anbetracht dessen, dass es selbst bei denen im Fan-Blog eben sogar noch Tickets gibt. Also quasi in derer Kanscheler-Kurve, wie man es immer nennen will, in deren Stimmungsblock, wie auch immer. Selbst da gibt es noch irgendwelche Wiederverkaufskarten. Das heißt, da haben Leute quasi ihre Karte zurück in den Verkauf gegeben. Den Hoffenheim-Fans scheint dieser Dienstagabend ein bisschen zu blöd zu sein als Terminierung, als Spielansetzung. Block E neben uns im Auswärtsblock ist auch ein bisschen was verkauft, aber das ist einfach teuer, so 52 Euro. Die anderen Blöcke, die ich angesprochen habe, F bis D, sind wenigstens bei 37 Euro. Mein Sitzplatzticket im Auswärtsblock ist auch bei 37 Euro. Der da ist auch das krasse. Thema Preis. Wir sind eben in einer Extra-Preiskategorie bei Hoffenheim drin. Es gibt eine normale Preiskategorie, dann die, wo wir drin sind, mit Dortmund, Gladbach, Frankfurt und Schalke. Und noch eine Preiskategorie, wo nur die Bayern drin sind. Normalerweise, zum Beispiel als Vergleich, sind diese Plätze, die ich angesprochen habe, die 37-Euro-Plätze wären normalerweise bei 28 Euro. Das ist schon ziemlich hart. Ich bin tatsächlich auf genau dem gleichen Platz, wie auch in der letzten Saison. Der Lage noch mal im Vlog reinziehen, bla, verloren, doof gelaufen, kurz vor Schluss. Aber die Stimmung dort war richtig geil, weil damals war es ja noch ein bisschen, Corona-Einschränkung war dabei, aber es ging in diese Lockerungsphase rein. War so ein halbes, ich sage mal, Ultra-Comeback dabei in einem Auswärtsblock. Damals waren es 18.000 Fans insgesamt und 5.000 VfB-Fans waren davon dabei. Diesmal tippe ich mal, dass es sehr, sehr ähnlich wird vom Verhältnis heim zu auswärts Fans. Sehr gespannt, wie hoch die Nummer am Ende des Tages wirklich ist. Damals war es ja ein Freitagabendspiel, noch ein bisschen machbarer. Jetzt Dienstagabend ist ja schon für einige beschissen oder für die meisten beschissen. Und trotzdem haben wir halt komplett alles wieder ausverkauft. und neben Hoffenheim-Blöcke ein, das ist komplett krank. Das ist ja damals auch noch billiger gewesen tatsächlich. Ist mir auch noch wieder aufgefallen. Damals hatten ja die Spieler so ein bisschen als Goodies, so ein bisschen als schöne Aktionen, weil es ja nicht sportlich so nicht ganz lief, die Hälfte des Preises übernommen für die Sitzplätze im Auswärtsblock. Das heißt, damals waren statt 36 Euro eben 18 Euro. Das war auch sehr, sehr nice. Das ist dieses Jahr auch nicht der Fall. Zeigt nochmal, wie krank wir da als Fans sind. Einfach Dienstagabends, auch wenn es nah ist, klar, aber trotz der Preise, trotz der Spielansetzung, Dienstagabends ein Heimspiel zum Auswärtsspiel zu machen, einfach nur geil. Aufstellungen. Und da gibt es die PK nicht groß viel Grund dazu, dass es viel Neues gibt in der Aufstellung. Ulrich ist weiter raus, Sosa ist weiter im Aufbau. Sonst gab es eigentlich nicht viele große Meldungen dazu. Es klang wohl durch, dass es wohl wenig bis keine Veränderungen in der Startelf geben dürfte. Führig wird wohl immer noch die Reservistenrolle bleiben. Der wäre für mich sonst ein Kandidat gewesen für die Startelf vielleicht. Ich hoffe doch irgendwie, dass sich hinten was verändert. Ist das Nathai und Anton Ding links, rechts? Weiß ich nicht. Da ist es eben auch nochmal an dem Wagnummann, sich da halt endlich auch mal durchzusetzen, auf rechts, hinten. Auch gegen den Stänze zum Beispiel. Weil da gab es auch vor kurzem einen Artikel von der Sportbild. Ist auch die Frage, wie weit man dem Glauben schenken will. Dass wohl Hansi Flick so ein bisschen für die Nationalmannschaft auch unter anderem einen Wagnummann beobachtet. Man muss sagen, aktuell überhaupt kein Nationalmannschaftsniveau. Ist klar. Aber es gibt eben auch nicht viele Talente für die deutsche Außenverteidigerposition. Da ist es schon interessant, den Wagnummann anzugucken. Und gerade sowas muss ja, wenn es denn stimmt, schon Ansporn geben, sich da durchzusetzen. Wie gesagt, zum Beispiel auch gegen Stänze, aber jetzt auch gegen Anton rechts hinten. Das wäre schon ein Ziel für den Herrn Wagnummann. Hätte wohl vorne Tomasch durch Führig ersetzt. Da war ja nicht so stark Tomasch gegen Mainz. Sonst, wie gesagt, defensiv hätte ich ein bisschen was geändert. Auch wenn es da ja auch rausgelegt ist, könnte es wohl gleich bleiben. Für mich aber Müller, Ito dann links, Anton in der Mitte, Mafropanos rechts geben. Ich wage nochmal die Chance. Mittelfeld dann gleich, Caruso, Endo, Armada. Und vorne bleibt auch gleich Tomasch, Silas, Gerasi. Prognose, es wird ein akustisches Heimspiel in Hoffenheim werden. Dafür ist Hoffenheim aber nicht so das einfachste Terrain für uns. Letzte Saison mal kurz vor Schluss das Spiel noch gedreht bekommen und verloren. Letztes Sieg in Hoffenheim ist im Jahr 2012 passiert. Auch einige Jahre her. Aber wie vorhin gesagt, Hoffenheim hat dich echt besser im Kopf abgespeichert. Da muss dann was gehen, auch tabellarisch gesehen, muss da was gehen. Es muss eine Ansporte sein, zu wissen, ey, wir können mit dem Punkt gleich werden. Und eben auch im Blick auf Mainz und auch im Blick auf RB vor allem ist das eben sehr wichtig. Mainz ist halt das Heimspiel gewesen von den drei Spielen. Die anderen beide ja auswärts. Das hätte man halt gewinnen sollen. Das hätte man gewinnen müssen, gewinnen sollen, wie auch immer. Da ist die Chance am höchsten, dass wir den Sieg mitnehmen in einem Heimspiel normalerweise. In Hoffenheim wird es nicht einfach und auch in Leipzig rechne ich uns halt wirklich nichts aus. So, sorry, aber ich rechne uns in Leipzig gar nichts aus. Das heißt, Hoffenheim ist für diese Woche die letzte Chance zu punkten für mich im Kopf. Klar, vielleicht kannst du Leipzig irgendwie was abkämpfen. Kommen wir dann später in anderen Vorberichten dazu. Aber ich glaube nicht ganz dran. Hoffenheim muss also doch gepunktet werden. Also ich finde, du darfst auf jeden Fall nicht verlieren dort. Das ist ein No-Go. Wir müssen punkten wenigstens, weil Niederlagen halt noch mehr in dieses Thema reinspielen von Boah, so eine Scheiße, alles läuft kacke. Hätten wir doch und hätten wir nicht und hätten wir nicht mal Labbadia und so. Deswegen, Sieg ist da auch definitiv drin. Ich habe echt kein schlechtes Gefühl fürs Spiel. Ich habe echt ein gutes Gefühl. Könnte logischerweise wie immer auch viel schön saufend sein, weil ich eben einfach Bock auf diese Auswärtsblockstimmung, auf diese Auswärtsfahrt habe. Ist auch ganz klar. Aber come on, in Hoffenheim ist was möglich. Ich habe ein gutes Gefühl, 1 zu 2 Sieg in Hoffenheim auf einen Dienstagabend auf entspannt. Ihr könnt wie immer abstimmen im Community-Tab, wisst ihr auch Bescheid. Und ey, wir haben das gesamte Kalenderjahr 2022 kein Auswärtssieg geholt. Dann lasst doch bitte einfach direkt im Jahr 2023 anfangen mit dem ersten. Letzte Saison, weil Hoffenheim ist letztes Spiel der Hinrunde. Das heißt, wir können kurz Zeit nehmen, um das zu vergleichen. Aktuell stehen wir bei 15 Punkten aus 16 Spielen. 3 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen. 19 zu 28 Tore, also minus 9 Torverhältnis. Möglich sind ja noch 0, 1 oder 3 Punkte. Das ist ja auch ganz klar. Das heißt, wir könnten diese letzte Hinrunde noch überbieten. Weil damals waren wir bei 17 Punkten aus 17 Spielen. 4 Siege, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen. 22 zu 31 Toren. Also auch minus 9. Das ist alles sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Damals war auch die Liga sehr, sehr eng beieinander. Leipzig hatte damals auf Platz 10 22 Punkte am Start. Und jetzt nach 16 Spielen liegt ja Gladbach auf Platz 8 bei uns mit 22 Punkten. Ein Sieg wäre also sehr, sehr wichtig. Und wir könnten damit tatsächlich die letzte Hinrunde überbieten, wenn es auch nur ein Punkt ist. Dann wie immer hier der gesamte Spieltag getippt. Diesmal keine wirklich direkten Abstiegsduelle. Alle nicht so ganz die einfachen Aufgaben abbekommen. Das heißt, gerade da wäre ein Dreier halt wirklich schön, wenn man hoffen kann, dass die anderen nicht wirklich viel punkten um einen herum. Es geht ab nach Hoffenheim morgen Abend. Ich habe sehr Bock da drauf. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Gebt auch das kostenlose Abo da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.